Oh, Hüter! Wie sich herausgestellt hat, habe ich dir letztes Mal falsche Infos mitgeteilt. Diese Hexen kontrollieren die Fäule nicht. Ähm, mehr Kulpa und so weiter. Dieses Mal habe ich einen echten Plan. Es gibt einen besessenen Ritter, der Angriffe auf das Kosmodrom anführt. Und die Turmspäher haben die Fäule bis zum alten Königswachtbunker zurückverfolgt. Schlage den Ritter mit einem Gegenangriff und kämpfe dich bis zum Bunker vor. Willkommen zurück im Kosmodrom. Wir haben die Spur dieses Ritters aufgenommen. Ein Vieh namens Zulgoth. Bedenkt sich nur immer diesen Namen aus. Egal, finde ihn, Hüter. Und damit seid herzlich gegrüßt wieder zu Destiny, einer neuen Folge, nämlich Folge 101. Und ja, es geht weiter mit einer kleinen Kampagnen-Folge. Denn es gibt ja noch so ein paar Suchen, die man erledigen kann. Und, oh, scheiße, warum sollte man die dann nicht machen, wenn man schon noch die Chance hat? Und ja, ihr habt es richtig gesehen. Ich habe was ganz Neues, ein neues Schifflein. Und woher ich das habe, ist auch ganz simpel. Ich habe nämlich bei meiner Fraktion, beim Toten Orbit, mal richtig losgelegt. Und, ähm, ja, bin da auf Rang 10 gestiegen. Und habe dafür natürlich wieder ein Fraktionspaket bekommen. Und zack, da war dieses schöne Schiffchen drin. Und noch halt ein paar kleine andere Zeugs. Aber das Schiffchen hat mich halt am meisten gefreut. Äh, ich liebe das scheiß Ding. Er sieht gut aus und, ja, das ist es beim Toten Orbit vorerst. Denn ich habe jetzt mich eine andere Fraktion zugewendet, nämlich, ähm, Kriegskult. Denn ich möchte gerne in jeder Fraktion, äh, auf Level 10 steigen und dann halt immer so weitermachen. Deshalb der kleine Fraktionswechsel. Und ich weiß, bei der Fraktion gibt es natürlich auch Missionen und man kann da, ähm, ein schönes, äh... Oh, das, den muss man erledigen. Oh, lustig. Ähm, da... So, der ist wenig. Lustig. Das war jetzt aber easy. Ist ja von Patrouillenaufgabe. Kate, der Ritter ist am Boden. Ich nehme einen Energieanstieg als Reaktion wahr. Das ist genau das, was wir wollten. Und, ja, es kommt aus dem Bunker der Königswacht. Unsere Informationen stimmen. Das muss die Quelle sein. Du weißt, was du zu tun hast. Ja, natürlich, ähm... Nur, dass es hier ziemlich einfach war. Ich wollte jetzt immer mal schauen. Ich hab ja, ähm... Auch das hier schön bekommen da oben ist auch schön, ne? Ganz toll. Ähm, glaub ich hab auch ne Waffe bekommen. Ich glaub, das war die hier. Lass ich erstmal so noch zur Seite. Aber ich weiß ja nie. Man kann ja Waffen gebrauchen. Man kann ja noch dann die verbessern. Ne. Infodieren. Let's grüßen. Ja, und nun geh ich jetzt die Mission machen. Bevor ich hier weiter Zeit vertrödle. Das geht hier nämlich nicht so. Zeit ist begrenzt. Relativ. Und natürlich als Let's Player. Und nur als Hobby-Let's Player. Sehr kostbar. So, ich will wieder eine Aufnahmesession machen, denn, ähm... Ich hab lange nichts mehr aufgenommen, weil ich will mal so gucken, dass ich so ein Wochenende mal fett aufnehme. Und dann, ähm... Alles bearbeite und dann hab ich so für drei Wochen vielleicht wieder Puffer. Das hat nämlich so geklappt. Richtig nice. Ich will's gucken, dass ich das so weiterhalte. Nur halt, ähm... Geht meine Hochzeit natürlich vor. Die kommende und natürlich auch mein Job. Ist ja klar. Das hat alles Vorrang. Daher wird das nicht so... All it, ne? So, vielleicht funzen. Das mal... Also, damit meine ich, dass vielleicht mal nix kommt. Eine Zeit lang. Eine lange Zeit vielleicht. Also, es wird definitiv nicht passieren. Denn mein jetziges Zimmer wird, ähm... Ja, umdisponiert. Sag ich das mal ganz nett. Ist ja jetzt gut, hier, du Pappnase. Ähm... Denn mein kleines Hobby-Büro-YouTube-Zweichchen... Will ich fertig machen. Hör mal, ich kack den hier jetzt noch ab. Lässt du mal die Scheiße? Boah! Dann siehst du erstmal nix und wirst du hier brutal massakriert. Ähm... Ja. Deshalb... Wer ich dann auch nicht zum Aufnehmen kommen. Alles doof. Aber egal. Solange... Hoffentlich bleibt ihr mir treu. Aber, ähm... Ja. Wenn man so YouTube kennt als YouTuber, sag ich mal... Der wirklich das aus Hobby macht, weiß ganz genau... Kommt mal... Na, lass es mal. Und das ist echt mal eine lange Zeit für viele Zuschauer. Eine Woche nix. Kommen. Direkt dir Abo. Finde ich total krass. Vor allem, wenn man noch so ein Ankündigungsvideo macht, warum, weshalb, wieso, dass man direkt deabonniert und dann sagt, ja, nee, dann leckt mich. Boah? Da denke ich mir auch. Geht's noch ganz gesund hier oder was ist los? Aber, wovon habe ich ne Ahnung, ne? Naja, wurscht. Lose Piepe. Egal. Ist halt so. Ich heirate halt nur einmal im Leben. Und lebe nur einmal im Leben. Hahaha. Naja. Da muss man auch mal Abschlüsse machen. Konsequenzen ziehen. Aber ich glaube, viele von euch kennen halt sowieso. Nicht mal die, die YouTuber sind oder YouTube als Hobby machen oder so. Sondern, das kennt man allgemein. Ihr geht mir aber zu, ja, um den Piss. Deswegen mache ich das jetzt marktkampfmäßig. So. Tschüss. Dort. Jubel. Freu. Krüll. Ähm. Was ist mit euch hier los? Zack. Nimmst du das? Vielleicht Granatenverschwendung, aber ist mir vollkommen wappens. Ah, Alter. So. Die Skizische von euch? Ja. Ich dachte jetzt schon. Hm? Zack. Zack. Ich dachte schon, dass einer dieser Viecher jetzt sich voll hintergestellt hat. Und heroisch. Sag ich mal, die Kugel abgefangen hat. Wow. Heldentaten bei den Besessenen. So. Na. Und nü? Bin hier. Geh hier, wo der. Ja, das war jetzt so klar. So, vernichte die Besessenen. Ach, ist ja. Ist ja mal chillig. Zack. Außer Luft. Den nicht. Aber vielleicht den. Ja, so fast. Hat nicht viel bis zum Boden gefehlt bei dem Herren. So. Ja, ja. Ja, komm. Seid ihr nicht so aggro. Ihr seid ja so aggressiv. So, du jetzt auch. Äh, äh. Na, Kampf reicht vollkommen aus. So, weiter im Text. Kann ja jetzt nicht alles gewesen sein. Der Papa langweilt sich. Aha. Aber lang genug. Oh, ne. Ne, nicht du schon wieder. Oh. Ich glaube, meine Pupille altert der schon wieder. Na, du olle Kopftrombose. Komm mal her. So, schlucke dies. Schlucke jenes. Nehmen wir mal hier. Zack. Das krass daneben ging. Ich krieg ein Kind. Das ging krass daneben. Das ist ja jetzt lustig. Nämlich nicht. Ha. Ich brauch echt Zielwasser. Ah, jetzt tut's aber hier eng, ne? Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Wenn die Luft knistert und brennt. Also wahrscheinlich meine Superbegleche abgezogen. Ich muss jetzt aber erstmal... Ich brauch erstmal eine gute Deckung. Wo ist die olle? Der hat doch von irgendwoher geschossen, oder? Nö, nö. Nö, nö. Lattet mal brennen. So. Ich hab nämlich keinen Bock auf diese olle Schlaftablette. Machen wir erstmal die kleinen... ...Kinderchen hier weg. So, zack. Wenn's jetzt wieder brennt, ne? Wo bist du jetzt? Ey, du olle Nasen. Ich hab deine Hand gesehen. Wo ist der Typ? Da will ich mich doch jetzt aber ganz verschaukeln. Ey, ich glaub, das Spiel hat heute eine Waffe. Ich hatte das schon ein paar Mal Fehler und irgendwie jetzt... Oh, okay. No? Ah ja, stimmt. Hab ich auch gar nicht erzählt. Oder hab ich doch? Doch, stimmt. Ich habe nämlich die Petra-Aufgaben erledigt. Und bin auf Rang 3 gestiegen. Womit hab ich auch diese Knarre hier bekommen, die ihr seht. Aber ich glaub, das hab ich schon erzählt. Und, ähm... Wow. Das ist ziemlich chillig. Wo ist der? Ja, du kannst auch mal in einer Sprache reden, wo ich die verstehe, oder? Da ein bisschen. So. Alter Quadratkorb. So. Ein bisschen hiervon. Ein bisschen davon. Na, ihr könnt ihr mich mal jetzt aber gerne haben, oder? Irgendwann hat Putter gegangen? Naja, vielleicht spuckt ihr ein bisschen Money aus. Oh ja. Komm. Geh weg, du Kugel. Uhu. Zack. Zack doch. Oh, die Luft knistert. Die Luft knistert aber gewaltig. So. Zap, zap. Wo ist der Alte? Wo ist denn das Echo? Das Echo hat sich verdunisiert, oder wie jetzt? Ach, da. Du musst dich schon mal ein bisschen zeigen, sonst können wir uns nicht unterhalten. Top-Schlüsse magst du nicht, ne? Ich wär auch dagegen. Jetzt wird's hier wieder ritterlich. Der Erste. Der Zweite. Wow. Es wird heiß. Nein, nein. Nein, hallo? Übertreib mal. Die mit ihr Gefeuerspuckerei, ne? Oh, nein, nein. Weg da. Genau. Das brauch ich. Dankeschön. Jetzt kann's ja mal wieder lustig werden, wenn ich den ollen Sack sehe. Ach, schon wieder. Alter. Das wird uncool mit uns beiden, ne? Wir werden keine Freunde. So. Wo ist der Chefe? Oh. Oh. Oh, ich hätte was benutzen sollen. Ups. Und da kam's wieder. Drei der Münzefarbe vergessen. Häh, häh, häh. Weißt du, Zawala ist zu ernsthaft, um es dir zu sagen und Ikora zu abgelenkt, aber die Vorhut wäre ohne dich nicht, was sie heute ist. Hm. Na ja. Danke für die Schießereien. Ja. Das war's. Hätte ich bloß nur drei der Münzen benutzt. So ein Käse. So. Na ja. Ich hab das Spiel lange nicht mehr gespielt. Das stimmt wirklich. Lange nicht mehr aufgenommen. Lange nicht mehr gespielt. Oh, egal. Ja, ich kann euch nochmal sagen, ich hab ein, ähm, wie es aussieht, ein Raid-Team gefunden, um das mit Oryx zu wiederholen. Wann ich's aufnehmen werde, weiß ich nicht, aber ich hoffe schon sehr bald und ich hoffe natürlich, äh, dass dann alles klappt. Diesmal hoffentlich auch in einem Run, weil der Kollege, der gute Magia Hirsch, mit dem ich, ähm, im Raid-Video zusammen war, ja, der hat, ähm, das danach in einem Zug geschafft. Und der ist mittlerweile, er hat sogar den Hard-Mode fertig, der ist mittlerweile auf 312. Mein letzter Stand, Wissensstand bei dem War, richtig nice. Respekt. Ich will's auch noch hinkriegen, da ist noch mein ganz großes Ziel, wirklich den Hard-Mode, vielleicht noch die Challenges mitzumachen, welche natürlich alles im Vorfeld aufnehmen, um euch so ein bisschen das zu zeigen. Ich hab wieder keine Ahnung, was auf mich zukommt. Deswegen passt das ja, dass hier alles blind ist. Deswegen lasse ich das auch mal blind stehen, auch wenn ich viele Missionen wiederhole, scheiß, der Hund drauf wird's jetzt auch nicht ändern. Weil man mir schon mal gesagt hat, äh, also blind ist das schon nicht mehr, was du machst. Ich so, ja, hast recht, aber das Game ist halt noch blind. So, es gibt immer was Neues. So Neues zu zeigen, Neues an, an, vielleicht an so einem Beute-Züge oder so was. Apropos Beute-Züge, könnte ich ja gleich ab, könnte ich eigentlich jetzt abgeben. Was hab ich denn gemacht? Das war nur das da, ne? Wofür brauch ich immer noch diese scheiß Schatzschlüssel? Das schmeiß ich mittlerweile weg, weil das ist Schwachsinn. Hab schon viel zu viele. Kann ja wegümmeln. Moment. Mal jetzt nämlich. So. Ne, ist da lang, in der Richtung. Ja, ich weiß, Eisenbanner ist auch zufällig da. Ja, ne, komm, die geb ich ab. Wofür brauch ich die Nüsse noch? Das ist Schwachsinn. Ich hab zu viele von. Ich hab wirklich zu viele. Das ist jetzt, ne, kein Gelabere so von mir. So, zu dir komm ich gleich. Lieber Kryptoich. Ha, 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 ha. So. Schnell mal eben zu Kate, glaub ich, ne? Kate, 66. So heißt der Typ. Ich weiß nicht mehr, aber ich glaub, so heißt der. So, Meister Eder. Ne, Kate, 6, ne? Ah, ist der. Ja, die Vorhut steht hinter dir. Immer. Leere Blick. Hab ich doch schon viel von gehört. Vielleicht sind uns jetzt ein paar Fragen ohne Angriff auf unsere Speer durch Oryx Kinder vergönnt. Jo, jo. Das ist dir zu verdanken. Warten jetzt schon wieder. Was? Was hast du denn jetzt? Die Besessenen begegnen uns an jeder Front. Oh. Heutige Priorität berichte über die Ausgeburt von Oryx, die unter Freistaat hervorkriegt. Jo, alles, alles, was du willst. Geil, haben wir eine neue Kampagnenmission. Ich denke mal, die werde ich in der nächsten Folge auch abfrühstücken. Werde ich aber noch mal ein paar Beute zugegeben. Oder gucken wir mal eben, ob es einfache Beute zugegeben gibt. So, was weiß ich. Töte jenes und dieses. Kann man ja eben ganz schnell mitnehmen. So. Patrouliere auf das Grabschiff. Ne, ich bin eigentlich auf dem Mars. Na, zu sterben. Leere Fähigkeit killt. Jo, passt doch. Bin ja eigentlich auf dem Mars. Vielleicht bin ich ja ein. 57 Besessene, auch easy, easy. Easy, busy. Das geht, weil... Entschuldigung. Oh, ein Frosch im Hals. Weil, wenn ich schon auf dem Mars bin, kann ja Opa Kaballe mitnehmen mit dem Beutezug. So, dann machen wir mal dieses. Sündflut. Wow. Ob das gut ist? Ja, und Prämie. Oh, ein Shader. Donnerteufel. Uh, warte mal. Oh, 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 oh. Hab ja noch was. Noch ein Engram. Oh, das ging auch schnell. Oh, das ging auch zu schnell. Boah. Das muss ich aber kicken, was ich hier habe. 290. Disziplin und Intellekt. Das ist geil. Das ist geilo. Ähm. Stärke. Stärke. Das tue ich mal weg. Die lasse ich noch, falls ich wegen Infundieren irgendwas brauche. Ähm. Das ist ja immer hammergeil. Was soll man denn hier noch alles so nochmal rumfliegen? Genau. Dieses Anzüglein von den, von den Orbit-Typen im Paket habe ich auch gehabt. Ja, nett, aber Stärke stört nicht. So. Da haben wir sonst nichts Neues. Hier haben wir eine Menge. Hier diesen Armreif von denen. Das war nett mit dem Disziplin und Stärke. Hm. Könnte ich eigentlich vielleicht aufpimpen. Es geht bis 25, 27. Das habe ich ja 20, 28. Mal kicken. Vielleicht pümpel ich das mal auf. So. Ansonsten nichts jetzt Wildes. Was haben wir denn hier? Diese Waffe verursacht Bodenschaden, wenn drei oder mehrere Gegner in Unmittelung der Nähe sind. Okay. Aber die Reichweite ist aber ganz schön mies, ne? Aber die Feuerrate ist ganz schön hart. Dafür ist die Schlagkraft bei der Knarre aber auch mies gewesen, ne? So. Moment. Schlagkraft. Ja, die Reichweite ist aber ganz schön mies, ne? Was sind denn noch so für große Techtelmechtel? Ja. Da muss ich mal gucken. Das ist das. Fixer Zug. Stabilität ist schwach, darf die Reichweite. Würde erhöht werden. Aber auf Stabilität kann ich nicht verzichten. Ja, mal gucken. Was sagt ihr? Soll ich die Knarre behalten, zerstören? Genauso wie das hier. Soll ich das infundieren? Leerer Blick. Ob das bringt? Weil hier steht die Handhabung, diese Waffen und das Nachladen sind schneller. Wenn der Träger der letzte lebende Spieler seines Einsatzgruppes ist. Könnte hilfreich sein. Und präzise Kills, diese Waffe verlassen, das Ziel explodieren. Geil, O-Mat. Und behalte ich, werde ich pimpen. Ich glaube, da frage ich jetzt nicht mehr nach. Und guck mal jetzt mal den Shader. Den neuen. Donner-Teufel, wie sieht der dann aus? Bojo. Ich behalte das ja. Was war mit Blacksmith? Guck jetzt gerade mal hin. Joa. Ne. Komm. Ich behalte dies. Und joa. Das reicht für erste. Ich würde sagen, liebe Freunde der guten Unterhaltung. Wir verabschieden uns. Ich verabschiede mich von euch. Wenn es euch in dieses Video gefallen hat, dann gebt doch gern ein Däumchen nach oben. Das würde mich total freuen. Und hinterlasst gern einen Kommentar. Weitere Tipps könnt ihr alles reinlassen. Ich bin gern für alles offen. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge von Destiny.